Lange Zeit haben hier gerade die Menschen als eine Art Geisel des Staates gelebt. Es waren immer die anderen, die ihnen gesagt haben, was sie zu tun und zu machen haben. Aber das ist noch voriges Jahrhundert. Gerade jetzt, wo die Bürger endlich die Möglichkeit haben, ihren kleinen Kids selbst zu gestalten, ihr Leben zu bestimmen, einen Teil der Verantwortung übernehmen für diese kleine Fläche, die sie bewohnen, müssen sie diese Initiative ergreifen. Das ist doch das 21. Jahrhundert. Mitentscheiden, mitreden, mitmachen. Wenn ihr das nicht macht, selber schuld.